Heute wird es umfangreich. Wir bauen mein Main-System um und zwar in das Deepcool CH560-Gehäuse. Das ist die Digital-Variante, das gibt es auch ohne Display. Das hat hier vorne so ein seitliches Display, da wird CPU- und GPU-Temperatur angezeigt oder eben auch die Auslastung. Genauso haben wir hier den Deepcool AK620 Digital-CPU-Kühler, da wird auch CPU-Temperatur und Auslastung angezeigt. Ich muss mal schauen, wie das mit der Software ist, ob man das irgendwie so machen kann, dass das Gehäuse vielleicht nur die Temperatur anzeigt und hier die Auslastung drauf ist oder andersrum. Und dann haben wir noch das FSP Hydro PTMX Pro mit 1200 Watt. Das wurde mir alles zur Verfügung gestellt, unter anderem natürlich von Deepcool und von FSP. Und wir schauen uns die Sachen jetzt mal an. Wir werden jedes Thema sozusagen einzeln behandeln, dann werde ich noch mein Hauptsystem da reinbauen. Mal schauen, wie die Temperaturen dann sind und die Lautstärke und wie die Lüfter sind vom Design her und das Display und so weiter. Wenn euch irgendwas nicht interessieren sollte, habt ihr unten die Timestamps, da könnt ihr einfach durchklicken. Wenn euch jetzt nur der Kühler interessiert oder nur das Gehäuse oder womöglich sogar alles, dann könnt ihr euch auch das ganze Video anschauen. Starten wir erstmal mit dem FSP Hydro PTMX Pro 1200 Watt. 1200 Watt brauchen von euch die wenigsten, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ist natürlich nice to have, wenn ihr irgendwann später mal aufrüsten wollt. Man weiß ja auch nicht, was die zukünftigen Grafikkarten fressen werden an Strom und auch die Prozessoren. Schaut man sich so ein 13900K an, kann er sich über 300 Watt reinschrauben. Eine aktuelle Grafikkarte auch so um die 450 Watt. Und wenn das in Zukunft noch mehr werden sollte, dann wird es natürlich irgendwann eng. Deswegen 1200 Watt auf jeden Fall zukunftssicher. Wir haben hier natürlich auch schon den neuen ATX 3.0 Stecker mit dabei. Den brauche ich persönlich jetzt nicht, weil ich noch eine 3080 habe. Das ist aber interessant für die, die sage ich jetzt mal eine 4070 Ti, eine 4080, eine 4090 haben. Die können diesen neuen Stecker auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann braucht ihr nicht mit diesen Adapterkabeln arbeiten. Dazu habt ihr noch 10 Jahre Garantie auf dieses Netzteil. Das ist 80 plus Platin zertifiziert, dementsprechend auch sehr effizient. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Herstellerseitig haben wir hier schon eine Angabe, was die Effizienz angeht. Wir haben hier eine Kurve. Bei 50% Auslastung ist das Netzteil am effizientesten. Das haben wir auch ganz oft im Discord, dass die Leute einfach zu starke Netzteile nehmen. Oder eben zu schwache. Wenn ihr dann nämlich über diese 50% kommt, sinkt die ganze Nummer wieder ab. Da könnt ihr auch irgendwie einen Dial mit Netzteil nehmen. Das ist bei jedem Netzteil gleich. Hier ist nochmal ein Diagramm zu der Lautstärke. Das heißt, wenn das Netzteil zu 30% ausgelastet ist, läuft der Lüfter schon mal gar nicht. Beziehungsweise das Netzteil macht keine Geräusche. Ab da geht es dann langsam los. Dann seid ihr hier so, sag ich mal, bei 17 bis 18 Dezibel, bei 50% Auslastung circa. Und je stärker das Netzteil natürlich ausgelastet wird, desto lauter wird die ganze Nummer. Ich kann euch direkt sagen, ich habe leider nicht die Hardware dafür da, um das Netzteil komplett auszulasten, um das einfach mal zu testen mit meinem Dezibel-Messgerät. Das startet sowieso erst ab 30 Dezibel. Da müsste ich das schon zu 90% auslasten. Und hier haben wir die typischen technischen Daten. Auf der 12-Volt-Schiene liegen unter anderem 100 Ampere an. Das bedeutet, 1200 Watt kann das ganze Ding leisten. Ist für Overclocker natürlich richtig interessant, weil das ein Single-Rail-Netzteil ist und dementsprechend die volle Leistung rausgeholt werden kann. Wenn wir uns hier den Inhalt anschauen, haben wir hier das Netzteil nochmal extra verpackt und eine Kabel-Tasche. Ich habe mal ein Shakun-Review gemacht. Da habe ich die ganze Nummer hier Kulturbeutel genannt, weil ihr da auch ja Zahnbürsten reinmachen konntet. Das geht mit der hier, glaube ich, nicht so gut. Es ist einfach nur ein Sack an Kabeln. Das gucken wir uns gleich erstmal an, was da alles so drin ist. Hier in der Tüte sind Klettkabelbinder, die Schrauben natürlich für das Netzteil und so ein Netzteil-Tester. Das Ding hat zwei Funktionen. Ich habe letztes Mal gesagt, damit könnt ihr testen, ob das Netzteil überhaupt noch anspringt. Falls es einen Defekt hat, dann merkt man das nämlich, wenn man dieses Teil draufsteckt, dann läuft auch der Lüfter nicht an. Aber das kann man eben auch benutzen, wenn ihr jetzt eine Custom-Wasserkühlung habt, dass ihr dem Netzteil Strom gebt, ohne das jetzt am Mainboard anschließen zu müssen und einfach die Pumpe arbeiten kann, damit ihr Flüssigkeit im System kriegt. Hier ist noch so ein kleiner Warnhinweis, unter anderem, dass man die Kabel nicht zu stark knicken soll. Man sieht das auch hier, wenn ihr jetzt so eine Grafikkarte der 40er-Serie habt und ihr knickt dieses Kabel so ab, das haben die nicht so gerne. War ganz lange auch mal ein Thema bei der aktuellen 40er-Serie, weil dadurch die Kabel auch nicht richtig gesteckt haben oder abgeklemmt worden sind und dementsprechend die Grafikkarten sogar in Flammen aufgegangen sind, weil da geht ja einiges an Leistung durch. Ja, guck, da habe ich auch direkt Aufkleber mit dabei, die ich mir auf das Gehäuse pappen kann. So, und wer erklärt mir jetzt, warum das alles auf koreanisch ist? Was zur Hölle? Das ist eine reine koreanische Anleitung. Bis hier vorne User Guide. Aber ansonsten ist irgendwie alles koreanisch. Gut, ja gut, okay. Und hier haben wir jetzt das Netzteil an sich. Klar, ganz normal der Lüfter. Hier habt ihr die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Das ist natürlich voll modular. Ihr habt einmal hier oben den PCI Express 5 beziehungsweise ATX 3.0 Stecker. Hier unten fürs Mainboard. Hier oben dann noch für die Grafikkarte die Standardstecker, falls ihr eine normale oder was heißt normale ältere Grafikkarte habt. Wobei die aktuellen AMD-Grafikkarten eben auch noch auf diesen älteren Stecker setzen. CPU hat auch Doppelanschluss und hier ist einfach Peripherie für SATA-Festplatten oder ähnliches. Hier natürlich das Kaltgerätekabel. Wobei, so natürlich ist das gar nicht. Einige Kohling-Netzteile werden auch ohne ausgeliefert. Aber bei dem Preispunkt von diesem Netzteil erwarte ich, dass so ein Kabel dabei ist. Hier haben wir diese ganzen Standardkabel, unter anderem für Peripherie und Mainboard und so weiter. Alles Flachbandkabel in schwarz gehalten. Hier haben wir auch schon diesen neuen ATX 3.0 Stecker und eben weitere Peripheriekabel. Ich persönlich finde Flachbandkabel immer besser. Macht das Kabelmanagement leichter, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein Gehäuse habt, was jetzt nicht so viel Kabelmanagement bietet, dann drückt das hinten die Seitenwand nicht so raus. Also Flachbandkabel finde ich persönlich wirklich gut. Ich habe das Netzteil jetzt soweit auch schon mal bestückt. Zweimal Grafikkarten-Stromversorgung, zweimal CPU-Stromversorgung, 24-Pin-Mainboard-Stromversorgung und hier noch Peripherie. Das brauche ich einmal für meine 2,5 Zoll SSD, die ich habe und eventuell für die Lüftersteuerung von dem Gehäuse. Ich weiß nicht, wie es darin aussieht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Meistens ist eine Platine da drin, die auch nochmal SATA-Strom braucht. Und das hier ist dieser Batzen, der dann übrig bleibt. Das fliegt dann nicht bei euch im Gehäuse rum, sondern könnt ihr eben in diesen Kulturbeutel reinschmeißen oder Turnbeutel. Ich habe ja hier diesen Sack noch rumliegen. Tut er dann bei euch irgendwo eine Schublade und habt dann die Kabel immer parat. Und ich würde dann auch mal sagen, wir gehen direkt zum Gehäuse über. Da werden wir das Netzteil natürlich auch verbauen. Was ich aber vorher noch sagen wollte, ist, die Kabel von diesem Netzteil sind übelst lang. Also wenn wir das jetzt hier unten dann verbauen, in der ganzen Nummer, dann seht ihr mal, habt ihr auf jeden Fall eine Menge Strippe. Reicht also auch für große Gehäuse. Manchmal kriegt man ein Problem bei großen Gehäusen, dass die Kabel nicht lang genug sind. Vor allen Dingen für die CPU-Stromversorgung. Aber die hier sind definitiv lang genug. Und hier haben wir jetzt das CH560 Digital. Hier unten mit diesem Display. Das werden wir später noch sehen, wie das dann leuchtet. Dann haben wir hier vorne 340 mm RGB-Lüfter drin. Hier vorne ein etwas gröberes Mesh. Dann hier noch feineres Mesh. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das jetzt mal so ein bisschen. Das sieht man nämlich. Da wird auf jeden Fall der Staub dann abgehalten. Hier oben haben wir dann den magnetischen Staubfilter. Kennt man von den meisten Gehäusen. Einfach abnehmen und dann reinigen. Was die Anschlüsse angeht, beziehungsweise hier oben dieses Panel. Da haben wir dann einmal den Ein- und Ausschalter, USB-Typ C, eine Kombibuchse für Mikrofon und Kopfhörer. Finde ich jetzt nicht so toll. Hätte ruhig getrennt sein können. USB 3.0 haben wir auch noch mit am Start. Und LED-Button. Einfach zum Durchswitchen der LED-Programme. Auf der linken Seite haben wir eine Besonderheit. Hier oben ist Glas. Und hier unten haben wir so Mesh aus Metall auf jeden Fall. Mit dem Display natürlich. Das bedeutet, wenn die Grafikkarte hier eingebaut wird, kann auf jeden Fall Frischluft hier reingesogen werden. Und klar, steigt nach oben die warme Luft an und dann oben wieder raus. Das könnte vom Prinzip her sogar besser funktionieren, als wenn die Luft natürlich einfach nur von vorne kommt. Die Seitenwand lässt sich recht einfach entfernen. Einfach hier oben dran ziehen. Dann hat man die schon in der Hand. Man kann das aber sichern. Und jetzt mal so ein bisschen hier eindrehen. Da ist so ein Schraubenloch. Und die Schraube wird, denke ich mal, irgendwo im Lieferumfang sein. Dass man das auch wieder festschrauben kann. Wenn ihr den mal irgendwie transportiert oder so. Hier hätten wir dann auch noch den 120mm ARGB-Lüfter. Und ich hatte gerade schon so ein bisschen Muffe, dass das hier nur so ausbiegbare Blenden sind. Aber nein, sie sind geschraubt. Gott sei Dank, sonst würde ich mein Hauptsystem vielleicht auch nicht da reinbauen. Ich bin da immer sehr penibel, was sowas angeht. Was hier den Innenbereich angeht, haben wir eine Grafikkartenhalterung. Die lässt sich auch so seitlich verstellen und natürlich auch in der Höhe. Man sieht das hier vorne an diesem Schlitz. Die werde ich aber gleich umschrauben auf die Länge, weil die 3080, die ich habe, natürlich eine ganze Ecke länger ist. Als jetzt, sag ich mal, so eine kleinere Grafikkarte, wie zum Beispiel eine 6700 XT oder so. Hier unten fehlen mir leider die gummierten Kabeldurchführung. Hier an der Seite haben sie es gemacht. Also keine Ahnung, was da die Mission war. Das sind aber auch nicht diese geteilten, sondern es sind einfach nur zwei so Lippen. Und da kann man dann die Kabel durchführen. Die Abstandshalter für ATX sind auch schon vorgeschraubt. Das heißt, da brauche ich gleich nichts mehr zu ändern. Eine große Aussparung haben wir hier auch. Falls ihr mal die Backplate irgendwie tauschen wollt, ihr geht von Luftkühlung auf Wasserkühlung oder ähnliches. Dann braucht ihr nicht das ganze Mainboard rausnehmen. Ich dachte gerade schon, das Display hätte hier irgendwie einen Schaden. Aber dem ist nicht so. Da ist noch eine Folie drauf. Was das Kabelmanagement angeht, ist hier leider jetzt nicht so viel los. Ich habe eben nochmal gemessen. Wir haben circa zweieinhalb Zentimeter, um die Kabel zu verlegen. Das reicht natürlich irgendwo aus. Aber ihr seht schon, wenn das viele Strippen sind, wird sie ein Büschel eng. Wir haben hier noch diese Klettverbinder. Ist besser als Kabelbinder natürlich. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, und ich weiß nicht, warum sie es nicht machen, einfach ein bisschen mehr Platz noch in der Backplate. Oder hier so einen kleinen Versatz drin, dass man so dickere Kabel halt in diesen Versatz reinlegen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was hier oben diese Platine angeht, da muss ich mich gleich nochmal mit beschäftigen. Ob das jetzt für die Lüftersteuerung ist oder ähnliches. Ich werde mal schauen. Normalerweise sehen die anders aus. Hier unten ist noch ein kleiner Filter für das Netzteil, dass der Staub halt nicht so da reinwandert. Und eine HDD könnt ihr auch noch verbauen. Dieser Kabelsatz, der hier drin ist, das ist der Standard. Also ganz normal USB 3.0, USB Typ C, Audio und ein USB-Anschluss für das Display. Ich habe mich gerade mal mit der Kabellage von dieser kleinen Platine beschäftigt. Also wir haben einmal SATA Strom. Klar, dass sie mit Strom versorgt wird. Und dann geht davon ein RGB-Anschluss weg. Und einmal noch ein Kabel hier oben für den Button oben drauf. Das bedeutet, das ist die RGB-Steuerung. Man kann aber mit dieser Platine alle vier Lüfter gleichzeitig ansteuern. Die sind nämlich hier einfach ineinander gesteckt. Das geht alles von der Platine da oben weg. Und dementsprechend werden sie alle mit dem gleichen RGB-Profil versorgt. Bedeutet für euch allerdings auch, wenn ihr euch eine andere Verteiler-Platine besorgt, könnt ihr selber die Lüfter ansteuern mit dem Mainboard-Profil. Je nachdem, was ihr da einstellen wollt. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie es nicht direkt so gemacht haben, dass man da die freie Entscheidungsvielfalt hat. Dass man halt sagen kann, ich möchte entweder Mainboard oder eben den Button. Da muss man halt extra nochmal eine Platine kaufen. Wiederum geil ist es natürlich für Leute, die noch ein älteres Mainboard haben oder ähnliches, was noch überhaupt keine ARGB-Ansteuerung hat. Da kann man die Platine natürlich gut gebrauchen. Was aber wiederum gut ist, die Lüfter sind mit PWM-Anschluss. Also die gehen alle in so einen PWM-Splitter rein. Und da könnt ihr dann Geschwindigkeit über euer Mainboard selber drosseln. In BIOS oder eben über externe Software. Ansonsten gibt es da jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich würde mal sagen, ich baue mein Hauptsystem jetzt auseinander. Dann werden wir uns den AK620 digital noch anschauen. Den werde ich natürlich vormontieren und dann das Mainboard dort einbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe das Ding vor ein oder zwei Monaten mal sauber gemacht. Schon wieder krass, was sich da vorne abgesetzt hat. Ja gut, dahinter sind halt drei Lüfter. Na, dann ziehen die das so blöd da rein. So ist es halt. Was mir aber eben noch aufgefallen ist, ich habe ja eben hier über diese Platine geschimpft, dass man sich eine Zusatzplatine holen muss, pipapo. Die haben ein Kabel dafür mitgeliefert, dass man eben verlängern kann und die Lüfter direkt aufs Mainboard klemmen kann. Also man muss diese Platine nicht nutzen. Ihr könnt direkt auch mit der Mainboard-Software draufgehen. Das wollte ich gerade noch korrigieren. Ja und das hier ist jetzt mein altes System. Ihr seht die 3080, die LS720 SE, die fliegt raus. Dafür kommt ja der AK620 digital rein, weil mich halt das Display interessiert. Das Z97 Asrock Board, Sonic Edition und dann den Fury Renegade RAM mit 6000 MTS-C L32. Da drunter schlummert noch ein 13600K. Und ich bin echt gespannt, ob der Kühler das schafft, den einigermaßen eben kühl zu halten. Und ja, ich weiß, ich hätte vielleicht öfter mal putzen sollen, wobei das auch immer schwierig ist hier mit diesen Ablagen dazwischen. Kommt ja jetzt eh ein neues Gehäuse rein, von daher, dann ist auch alles wieder sauber. Das Gehäuse werde ich auch wieder sauber machen. Was ich dann damit mache, mal schauen. Und für die, die brav das Video durchgucken, ich verlose das Gehäuse. Ich habe noch ein zweites davon tatsächlich original verpackt. Schreibt einfach einen Kommentar zu dem Review, wie ihr das so fandet, weil Feedback ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Und dann verlose ich das unter einem von euch in meinem Livestream in den nächsten zwei Wochen. Voraussetzung, ihr kommt aus Deutschland. Wegen Versandkosten und so weiter. Aber ansonsten, let's go. Und für die, die sich wundern, wie man sowas dann am besten sauer macht, wenn man jetzt kein Raucher ist. Vorteil, weil wenn ihr raucht, dann verklebt das alles. So ist es ja nur loser Staub. Ihr seht das hier auf der Grafikkarte. Ich habe hier so ein Handgebläse. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Kostet so zwischen 40 und 50 Euro, je nachdem, was man da nimmt. Ich zeige euch mal den Effekt davon. Ist natürlich schlauer, wenn man sowas draußen macht. Ich habe das jetzt zu Demonstrationszwecken einfach drinnen gemacht. Aber stelle ich das mal an. Das ist doch Ast rein. Das funktioniert sehr, sehr gut. So, das Mainboard ist soweit raus. Ich habe tatsächlich zwei SATA-SSDs da drin. Naja gut, wie auch immer. Wir haben aber glücklicherweise hier auch zwei Plätze, wo wir die verbauen können. Hier haben wir jetzt den AK620 digital. Also den AK620 hatte ich ja schon mal im Review. Deswegen werde ich da jetzt nicht so krass drauf eingehen. Ich werde euch ganz kurz zeigen, wie man das für LGA1700 montiert. Aber ansonsten gut den Anschluss und so weiter. Das habt ihr auch schon beim AK400 gesehen. Die gibt es ja auch als Digitalvariante. Ist aber ein sehr beliebter Kühler bei uns. Reicht zum Beispiel auch für einen Ryzen 7800X3D, weil der nicht so eine hohe TDP hat. Aber wir testen den natürlich später auch noch mit dem 13600K. Das Teil ist, wie ihr sehen könnt, auch ein ordentlicher Brummer. Genau wie der normale AK620 Dual Tower Design. Zwei Lüfter mit dabei. Den könnt ihr natürlich in der Höhe noch versetzen, dass das einigermaßen symmetrisch aussieht. Aber wenn ihr jetzt von oben drauf guckt, ist er dann genau plan so. Von den Anschlüssen her genauso wie der AK400 Digital. Ganz normal PWM Anschluss, also der dann auf den CPU Anschluss draufkommt auf dem Mainboard. Einmal USB für das Display. Und dann haben wir auch noch RGB Steuerung. Der ist nämlich auch so ein bisschen RGB beleuchtet. Hier oben an diesem Streifen, den man da sieht. Das ist dann beidseitig. Da sieht man aber nicht so viel von. Unter anderem im Lieferumfang auch Wärmeleitpaste. Die werden wir natürlich gleich dafür verwenden. Hier ein Splitterkabel, um eben die beiden Lüfter mit einem Anschluss anzusteuern. Und hier ist noch ein extra langer Schraubendreher mit dabei, damit ihr vernünftig an den Sockel drankommt. Übrigens sieht man hier in der Anleitung, dass LGA 1700, 1200, 1151, 1150 und 1155 unterstützt werden. Jetzt alleine nur diese eine Seite. Ihr habt natürlich auch noch hier AM4 und AM5. Dann habt ihr noch andere Intel-Sockel. Genau, 2066, 2011 und V3 und so weiter. Also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, das Ding zu montieren. Wir brauchen jetzt LGA 1700. Dann machen wir die Backplate von hinten drauf und dann diese Rändelschrauben da drauf. Das hier ist im Übrigen die Backplate. Die müssen wir wie immer nach außen stellen. Also diese Schrauben könnt ihr einfach nach außen drücken. Und dementsprechend passen dann auch die Lochabstände eben für diesen Sockel. Die Rändelschrauben sind soweit drauf. Jetzt packen wir diese Stege da drauf. Dann haben wir hier noch ein Tütchen mit diesen Rändelmuttern. Die packen wir jetzt auch noch drauf. So, die Leisten sind jetzt soweit auch montiert. Im Endeffekt kommt der Kühler dann so da drauf. Das Ding ist, ja danke, das Ding ist, wenn ich das jetzt vorher mache, komme ich sehr wahrscheinlich nicht mehr so gut da oben an diese EPS-Stecker dran, also an die Stromversorgung vom CPU. Und von daher machen wir das erst später. So, das System ist soweit fast fertig. Ich habe noch kein richtiges Kabelmanagement gemacht. Ich bin nämlich gerade auf ein fettes Problem gestoßen. FSP ist Gehäusehersteller und Netzteilhersteller und Deepcool ist Netzteilhersteller und Gehäusehersteller. Ich glaube, ja, das ist die beste Lösung. Nee, aber ohne Quatsch. Es lässt sich relativ gut bauen. Die haben auch oben an alle Aussparungen gedacht. Ich konnte alle Kabel gut verlegen. Wie gesagt, das Kabelmanagement im Hintergrund habe ich noch nicht ganz gemacht. Aber ich bin soweit eigentlich ganz happy. Ich muss jetzt noch die Grafikkartenhalterung einstellen und gleich hoffen, dass die Kiste anspringt. Die Grafikkarte ist übrigens 340 mm lang. Das ist eine 3080. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, bis zu 390 circa einbauen. Das sind eigentlich alle gängigen Grafikkarten. Ihr habt auch noch gut Platz bis zur Scheibe. Das sehe ich auch an dem Kühler, weil der Kühler ist relativ groß und ihr habt noch, wie gesagt, ordentlich Platz. Und hier seht ihr jetzt auch den Grund, warum Flachbandkabel euch auf jeden Fall helfen werden. Hier drin mit den runden Kabeln geht es zwar auch. Klar, ist aber fummeliger. Ich werde jetzt auch kein großartiges Kabelmanagement machen, weil ich baue viel zu oft an dieser Kiste rum. Ich tausche mal hier was, tausche da was. Ich habe, glaube ich, in dem letzten Jahr zweimal das Mainboard getauscht und so. Deswegen, das lasse ich jetzt erstmal so. Ich mache die ganze Kiste gleich zu. Und dann schauen wir uns mal die Temperaturen und die Lautstärke der Lüfter an. Also die Temperaturen von Grafikkarte und CPU und die Lautstärke der Lüfter. Die Lüfter haben keine Temperatur. Hier ist übrigens auch noch ein kleiner Warnhinweis. Wenn ihr das mit der Mainboard-Software steuern wollt, also die RGB-Steuerung macht den Strom davon weg. Das steht da extra mit dabei. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ob die dann zu viel Strom kriegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll man dann dieses SATA-Stromkabel wieder abklemmen. Ich habe die beiden 2,5 Zoll SSDs jetzt auch erstmal weggelassen, weil ich habe die meisten Sachen davon eh in der Cloud. Und das ist dann auch aufgeräumter hier hinten drin. Aber potenziell hätte ich sie hier einbauen können. Was mir jetzt noch gerade auffällt, hier ist noch irgendwie so eine Schutzfolie. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen auf der Kamera. Die stellt sich sowieso gerade irgendwie immer nur scharf und wieder unscharf. Von dem RAM habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Jetzt sieht man nur noch eine Regel am Leuchten. Aber ist nicht so schlimm. Das System läuft. Jetzt werden wir sämtliche Software mal runterladen, die wir brauchen. Also diese Deepcool-Software für den Kühler und fürs Gehäuse. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Sache funktioniert. Aber vorher kommen wir noch hier zum Design. Also ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch kein nerviges Logo irgendwo unten in der Mitte. Endorfer macht das ja gerne. Hier haben sie es sein gelassen. Die haben es richtig gemacht. Die haben das Logo einfach da oben drauf gedruckt. Dann waren die fertig damit. Aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, ist ja jetzt auch mein Hauptsystem, was da drin läuft. Den werde ich mir auch so wieder auf meinen Tisch draufstellen. Und ihr könnt natürlich die RGB-Profile einfach durchschalten. Wir haben hier oben diesen Knopf. Schau gerade mal. Da habt ihr halt verschiedene Farben. Also die gehen wir jetzt nicht alle einzeln durch. Ihr kennt das ja eigentlich schon. Ich hätte jetzt potenziell die Lüfter sogar noch mit an den CPU-Kühler anschließen können. Weil da war noch so ein Splitter-Kabel mit dabei. Dann leuchtet der CPU-Kühler in der gleichen Farbe. Aber der ist sowieso so dezent. Das ist eigentlich relativ egal. Was mich jetzt so ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass dieses Display funktioniert mit der CPU-Temperatur. Aber das hier unten irgendwie nicht. Ich habe beide angeschlossen. In der Software wird aber irgendwie nur der AK620 digital erkannt. Ja, müsste ich gleich mal schauen, wie das mit den Anschlüssen ist. Aber erstmal machen wir jetzt hier einen Cinebench Run. Wir haben auch wieder HW-Info offen. Ihr kennt das ja schon. Und dann schauen wir uns mal die Temperaturen an. So, ihr habt das ja jetzt im Zeitraffer gesehen. Wir hatten im Schnitt so um die 190 Watt Leistungsaufnahme von der CPU. Der war auch schon teilweise bei 97 Grad. Dann drosselt der sich natürlich ein bisschen runter, damit er wieder in angenehme Temperatursphären kommt. Aber im neuen Cinebench haben wir 1244 Punkte. Ich habe mal spaßeshalber jetzt gerade nachgeguckt und mir die neuen Ergebnisse angeguckt. Hier sind wir bei 1255 für einen 13600K. Jetzt muss man dazu wissen, hier läuft natürlich auch noch ein bisschen was im Hintergrund. Discord ist auch noch offen und so weiter. Internet ist angeschlossen. Normalerweise trennt man das auch. Das heißt aber, der Kühler schafft es, den 13600K zu kühlen. Auch wenn das hier Leben am Limit war. 265 Watt durfte er sich reinpfeifen. Er hat sich so um die 190 genehmigt. Deswegen sagen wir auch immer, wenn wir einen Rechner zusammenstellen, yo, 13600K reicht völlig aus für die aktuellen Grafikkarten. Weil ein 13700er, der kann sich teilweise über 300 Watt reinschrauben. Und ich meine, das Teil, das ist ja schon ein Brummer. Das ist ja jetzt kein kleiner Kühler. Übrigens hat die Anzeige hier vorne dann geblinkt. Ab 90 Grad fängt er dann an so zu flashen, dass man weiß, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber jetzt ist er wieder auf angenehmen 40 Grad circa. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum das Display da unten nicht funktioniert. Ich klemm den oberen jetzt mal ab und klemm mal wirklich nur das Display dran. Also ich habe es jetzt herausgefunden, scheinbar hat irgendwie auf meinem Mainboard dieser kleine USB-interne Port einen weg. Schade drum. Ich hätte jetzt gerne getestet, ob die beide gleichzeitig funktionieren. Ich habe aber gerade alles umgewechselt geguckt, gemacht, getan. Funktioniert leider nicht. Aber das Display funktioniert jetzt. Ihr könnt euch da die Temperaturanzeige lassen, aber glaube ich auch die Auslastung. Ich schaue jetzt gerade mal in der Software nach. Also CPU-Usage und Temperatur geht auf jeden Fall. Das wechselt der jetzt von alleine. Bei der Grafikkarte hat man hier oben dieses kleine Feld Usage. Warum er das jetzt nicht wechselt, weiß ich gerade nicht. Ich kann noch mal in die Software reinschauen. Also in der Software habe ich jetzt nichts gefunden. Ich kann aber mal schauen, ob ich das irgendwie jetzt ausgelastet kriege. Vielleicht springt er dann von alleine um. Das Display ist übrigens sehr scharf. Das sieht jetzt für euch so ein bisschen komisch aus, weil hier alles noch so reflektiert. Ah, jetzt sieht man es so einigermaßen. Also man sieht wirklich nur die Zahlen. Dieses ganze Drumherum-Geleuchte sieht man nicht. Also die Auslastung von der GPU kann ich mir jetzt leider gerade nicht anzeigen lassen. Ich denke, das liegt auch an der Grafikkarte und was man für ein Mainboard hat und wo er sich die Daten herholt. Also die reine Software, die ich jetzt installiert habe, die bietet mir jetzt leider keine Option, wie ich was anzeigen möchte. Klar, man kann sich festlegen auf Temperatur oder Auslastung. Aber hier zeigt er mir jetzt wirklich nur die Temperatur an. Ich habe es auch eben ausprobiert. Das hat leider nicht funktioniert. Aber potenziell für euch, wenn ihr dieses Gehäuse gewinnen solltet, könnte es natürlich funktionieren. Nicht dann an der Grafikkarte. Ich hätte euch echt auch gerne einen Airflow-Test gezeigt. Ich finde meine Dampfe gerade nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen am Umräumen. Ich habe auch noch einige Reviews vor mir. Hier ist alles durcheinander und ich finde halt leider meine Dampfe nicht. Was ich euch aber anbieten kann, wir lassen hier gerade nochmal den Cinebench rennen. Und ihr seht ja auch da unten CPU-Auslastung 100%, 94 Grad. Mal wieder, wie eben auch schon bei HW Info zu sehen. Wir können Lautstärke-Tests machen, weil die Gehäuse-Lüfter natürlich dementsprechend mit aufdrehen. Und der CPU-Kühler auch. Und jetzt können wir wieder mit dem Abstand von ca. 20 cm mal messen. 39 Dezibel. Also wenn ihr jetzt mit dem Headset zockt, glaube ich kaum, dass ihr das hört. Es kommt natürlich darauf an, steht das Ding jetzt irgendwie unterm Tisch oder steht es auf dem Tisch und wie der Abstand ist. Ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt mit dem Ohr direkt da dran sein. Und das ist jetzt auch Volllast. Wann habt ihr das mal wirklich in Games? Aber ich muss soweit sagen, ich bin mit dem Case eigentlich ganz happy. Und mit dem Kühler auch. Das Witzige ist, der AK620 Digital hat eine Angabe von 260 Watt TDP. Wir waren eben bei 190 und er kam schon an die Grenze. Liegt manchmal auch ein bisschen an der Architektur vom Prozessor. Zum Beispiel der 7800X 3D oder auch der 5800X von AMD. Sind ein bisschen schwieriger zu kühlen, habe ich festgestellt. Bei Intel, ja gut, es liegt wirklich an der Architektur, denke ich. Nur diese Angaben, die stimmen gefühlt nie. Es gibt zum Beispiel von Endorf High so 200 Watt TDP Kühler, die schaffen es. Dann hast du hier einen mit 260, der auch noch ein ganzes Stückchen größer ist. Der schafft es wieder nicht. Wir haben jetzt natürlich auch im Gehäuse getestet. Außerhalb wären die Ergebnisse wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen. Was ich auch noch cool gefunden hätte, vielleicht unten drunter gummierte Kabeldurchführung. Wisst ihr, ich bin da ein Fan von. Und so eine geteilte Platine für PWM und 5 Volt ARGB anstatt dieses kleine Mini-Ding da. Ja, ich meine, ich komme damit jetzt zurecht, aber es wäre schöner gewesen. Ansonsten alle weiteren Infos zu dem Gehäuse, zu dem Kühler, zu dem Netzteil und so weiter findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wenn euch das Review gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. Und für alle anderen, lasst auch einen Kommentar da. Ihr wisst ja warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.